Ich, die unterzeichnende Palma Mastrantonio, hinterlasse meiner Enkeltochter Christine ein Haus in Mausoleau in der Gemeinde Dolmy-Capella auf Korsika. Wenn ich das Haus verkaufe, ohne es mir anzugucken, das wäre, als würde ich meine Großmutter verraten. Was? Du willst es also behalten? Da habe ich einmal ein Haus. Das will ich doch nicht Hals über Kopf verkaufen. Da kann ich vielleicht einmal in meinem Leben was selbst entscheiden. Ich will bloß, dass du nichts machst, was du dein Leben lang bereust. Sind Sie sicher, dass es das ist? Ja. Eine Menge Arbeit, das wird nicht billig. Was heißt eigentlich Spinne? Ich warte doch nicht ewig, bis du weißt, was du willst. Wollen Sie denn länger hierbleiben? Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Wenn ich die Baufirma zahlen will, brauche ich eine Arbeit. Und zwar schnell. Hallo? Ariane? Christine? 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 Ach, er hat recht, dein Vater. Es ist weit vom Schuss, aber wunderschön. Das hat er gesagt? Oh ja? Oh ja! Oh ja? Oh ja? Untertitelung des ZDF, 2020